Wie geht es weiter mit The Walking Dead? Das ist eine Frage, die in den Kommentaren unter meinen Videos ab und an mal auftaucht. Das ist eine Frage, die ich mir schon sehr, sehr lange stelle. Und das ist auch eine allgemeine Frage, die in der The Walking Dead Community vor allem momentan eine Riesenrunde macht. Denn offiziell ist die Hauptserie beendet, wir bekommen noch ein paar Spin-Offs und sonst gibt es tatsächlich nicht so wirklich krass viel mehr Infos. Und da hier und da immer mal ein paar Plotlöcher entstehen, vor allem durch die Spin-Offs, fragen sich viele Leute wirklich, was passiert in Zukunft? Wie geht es weiter? Wie wird es wirklich zu Ende gehen? Und darauf möchte ich heute in diesem Video mal eingehen. Heute sprechen wir mal zum einen über die Probleme und zum anderen, wie ich meine, wie man sie theoretisch, naja, lösen kann. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, vielleicht dem einen oder anderen sollte aufgefallen sein, ja, ich bin The Walking Dead Fan und dementsprechend werde ich wahrscheinlich mich weinend auf dem Boden zusammenrollen, wenn die Serien und die Spin-Offs wirklich komplett zu Ende gehen. Aber das ist ja Gott sei Dank noch nicht so weit. Fassen wir aber mal kurz ganz fix zusammen. Wir haben elf Staffeln der Hauptserie. Die sind jetzt zu Ende und wir sind in einem gewissen Zeitpunkt der Menschheit angekommen. Ungefähr auf der gleichen Zeitebene, wie sich halt unsere Zeit bewegt. Also circa zum gleichen Zeitpunkt spielt momentan theoretisch The Walking Dead fortlaufend. Natürlich ohne, dass wir es sehen. So, und da haben wir ja dann die ganzen Spin-Offs. Zum einen Fear The Walking Dead, dann hätten wir The World Beyond Tales of The Walking Dead, die Daryl Dixon Serie, die jetzt neu gekommen ist. Wir hätten Dead City und wir bekommen The Ones Who Lives mit Michonne und Rick. Und das sind ja tatsächlich einige, die irgendwie die Welt von The Walking Dead ein bisschen noch in Schach halten, sag ich mal so. Und hier fängt es beim Problem an. Wir haben noch sehr viele Serien, die noch offen sind, beziehungsweise noch nicht, weil wir halt kein klares Ende geliefert haben. Und das Schlimme daran ist, die spielen alle relativ unterschiedlich in der Zeit. Ich würde World Beyond mal ausklammern und würde es mal zum Rick und Michonne Spin-Off packen, weil es ja ungefähr sich in dieser Ära befindet und auch diese Story abklappert und wir auch bei World Beyond nicht wirklich effektiv Charaktere haben, die uns jetzt... Also es war halt eine sehr, sehr kurze Serie. Es ist da nichts Wichtiges passiert, was, sag ich mal, ereignisreich war. Und deswegen packe ich es einfach mal zum Thema CRM bei Rick und Michonne. Tales of The Walking Dead würde ich da auch mal ausklammern, weil das halt eine Miniserie ist, die uns einfach nur zwei, drei verschiedene Charaktere zeigt und wie es bei denen halt so war. Ist übel cool, aber ist jetzt nicht, was wir hier beachten müssen, sag ich es mal so. So, nun stehen wir aber vor folgendem Problem. Wir befinden uns mit der Hauptserie Staffel 11 jetzt im aktuellen Zeitraum. Fear The Walking Dead hat mittlerweile auch aufgeholt. Dementsprechend sind wir mit Fear The Walking Dead auf dem gleichen Level wie mit The Walking Dead und unserer reellen Zeit. Da kommt es jetzt zum ersten Problem. Dead City spielt fünf Jahre in der Zukunft. Eine Sache, die ich ganz ehrlich sagen muss, ich nicht verstehe, warum sie das gemacht haben. Klar, es hat gewiss irgendwo was mit Entwicklung von Charakteren und Story und auch vor allem Schauspielern und allem Möglichen zu tun. Aber fünf Jahre in der Zukunft spielt Dead City. Müssen wir uns einfach mal merken, wenn wir nachher quasi auf die Charakterzusammenführung kommen, also zurückkommen, sag ich mal. Die Daryl Dixon Serie spielt quasi nicht so weit in der Zukunft. Schon ein bisschen, so ein paar Tage sind vergangen. Aber soweit ich das realisiere, auf jeden Fall keine fünf Jahre, soweit ich es verstanden habe. Hierbei ist aber das Problem, der gute Daryl ist in Frankreich. Das bedeutet, da ist auch ein großer thematischer Weltenunterschied, also Distanz einfach, die da zurückgelegt werden muss. Und gucken wir dann jetzt auf die Rick und Michonne Serie, haben wir das folgende Problem. Die Serie soll, soweit ich weiß, über sechs Folgen gehen. Und in den sechs Folgen müssen, müssen folgende Dinge passieren. Ricks verschwinden bzw. auftauchen beim CRM. Rick, wie er beim CRM quasi ankommt, da mitmacht. Die Begegnungen mit Jadis und allem Möglichen, was das CRM angeht. Wir müssen sehen, wie Michonne zu dieser komischen Gruppe da findet, zu dieser riesigen Kolonie, die wir da am Ende von Staffel 11 gesehen haben, wie sie dazu gekommen ist. Dann kommt es dazu, dass Rick und Michonne wiedersehen. Und dann kommt noch die Rick und Michonne potenzielle Flucht und Fluchtversuche. Das sind sehr, sehr viele Inhalte, die wir gezeigt bekommen müssen, weil sonst die Serie einfach keinen Sinn macht. Und da ist eigentlich noch sehr viel offen. Das ist halt sowas wie, was ist mit deren Kindern? Die müssen am Ende zu denen zurückkommen. Sonst wäre diese Trennung und dieses Michonne sucht nach Rick komplett für den Arsch gewesen. Deswegen, das heißt, das kommt noch dazu. Und das in sechs Folgen unterzubringen? Ich weiß ja nicht, das wird sehr, sehr knapp. So, und selbst wenn sie das in allen sechs Folgen schaffen, hätten wir weiterhin das Problem. Die Hauptserie Daryl Dixon, Dead City und The One to Live theoretisch zu verschiedenen Zeitenspielen. Bedeutet, ein Zusammenführen am Ende von allen Charakteren ist Stand jetzt eher schwer bis hin zu unrealistisch. Und sind wir ganz ehrlich, das Ende von Staffel 11 von The Walking Dead war gut, aber es war nicht zufriedenstellend. Meiner Meinung nach. Denn für mich wäre es ein gutes Ende gewesen. Wir wissen zwar, Rick lebt, aber da kommen ja Spin-Offs. Bedeutet aber irgendwie die Charaktere, die in The Walking Dead jetzt quasi abgestempelt werden. Ob es jetzt Ezekiel ist, ob es jetzt Carol ist, ob es alle möglichen Leute, ihr wisst, wer da alles ja da ist. Die sind halt alle so abgestempelt worden. Und es fehlt aber jetzt der Zusammenhang zu, naja, Daryl, Maggie, Negan und Rick und Michonne. Der Zusammenhang fehlt halt noch irgendwie. Plus, dass wir bei Fear The Walking Dead ja auch immer noch den guten Morgen haben. Und auch der fehlt mir meiner Meinung nach noch im großen Finale. Bedeutet, und das ist jetzt ein Punkt, den viele Leute hoffen, den viele Leute wünschen und auch der, wo ich sagen würde, das ist ein Punkt, der sollte so passieren. Also meiner Meinung nach brauchen wir entweder noch eine komplette neue The Walking Dead Staffel, wo dann alle Fäden miteinander verknüpft werden. Oder zumindest eine große von mir aus Spielfilmlänge Folge, die diese Enden alle verknüpft. Und damit komme ich quasi auch zur Problemlösung, zumindest meiner Meinung nach. Ich stelle mir vor, wir bekommen eine Folge, die uns zeigt. Es sind fünf Jahre vergangen, damit wir auf das Level von Dead City kommen. In diesen fünf Jahren hat Daryl locker die Zeit, wieder von Frankreich zurückzukommen. Weil er aus welchen Gründen auch immer mitbekommt, hey, Michonne hat Rick gefunden. Rick und Michonne sind easy dem CRM entwischt und sind auch auf dem Weg nach Hause. Und auch die Truppe von Fear The Walking Dead denkt sich so, wisst ihr was, lasst doch einfach mal zu den Leuten gehen, von denen Morgan seit seinem ersten Auftritt quasi nur geredet hat. So, und in dieser einen XXL Folge wird dieses alles abgeklappert. Wir kommen alles zusammen. Wir bekommen unsere vier The Walking Dead Charaktere zusammen, die sich kennenlernen, die eine unfassbar gute Chemie zwischendurch hätten. Wir sehen Morgans Wiederkunft, also Zusammenkunft mit Rick, was super episch wäre. Wir würden Negan und Rick sehen, was noch krasser wäre. Im Gesetz im Fall Negan überlebt bis dahin. Wir sehen Ricks und Daryls Zusammenkunft. Wir sehen Michonne, wie sie zu ihren Kindern zurückfindet, also zu einem Kind und den adoptierten Kindern, sage ich mal so. Wir sehen Rick, der zu seinen Kindern zurückkommt, zu seinem einen leiblichen Kind und dem anderen mehr oder weniger adoptierten Kind. Wir sehen Carol und Daryl, die wieder sich treffen. Wir sehen alle möglichen Charaktere, die endlich wieder zusammenfinden. Und dann kann man sagen, nach dieser einen Folge lässt man das Ende so auslaufen, entweder man sagt, okay, sie leben einfach mit den Zombies. Wir versuchen es weiterhin und dann ist halt der Abschluss. Wir wissen, was nicht danach, also was danach passiert, wissen wir halt nicht. Aber es ist uns auch egal, weil unsere Freunde, unsere Charaktere, unsere Menschen, die wir eigentlich so in The Walking Dead lieben, haben alle zusammengefunden. Was natürlich auch noch möglich wäre, was aber Wunschdenken ist und was ich glaube ich auch kein gutes Ende für The Walking Dead abspielen würde, wäre natürlich, dass entweder Daryl im Frankreich, da der Virus ja ausgebrochen ist, ein Heilmittel findet, die Welt wird geheilt und die Zombies sind ausgelöscht worden. Und die Welt baut sich auf und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Wir bekommen einen Throwback von, was weiß ich, 10 Jahren oder 15 Jahren, was weiß ich. Wir sehen Michonne alt, Rick alt, Daryl alt, Carol, wahrscheinlich bis dahin tot, naja. Judith als Erwachsene, RJ als Erwachsenen. Alle diese Leute sehen wir im Erwachsenen bzw. hohen Alter leben ein normales Leben, leben zusammen. Die Welt hat sich wieder aufgebaut und es läuft halt einfach. Wäre für mich langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ich will eigentlich nicht, dass eine Heilung in The Walking Dead gefunden wird, weil das ist halt so dieses Fakt, es schließt sich hier gerade wirklich einen Kreis und das ist der Abschluss gewesen. Das fände ich gar nicht mal so toll für The Walking Dead. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sie müssen eine letzte Folge, eine letzte Staffel oder einen letzten Film von mir aus auch machen, in dem alle losen Fäden miteinander verknüpft wurden. Denn ich bin der Meinung, morgen wurde nicht umsonst in Fear The Walking Dead eingefügt. Ich gehe stark davon aus, anfangs war es wirklich so, Fear The Walking Dead, die Zahlen sind absolut gedroppt und dann dachten sie sich so, wir müssen irgendeinen Charakter reinbringen, der in The Walking Dead weg ist, aber den die Fans von The Walking Dead lieben, der in Fear The Walking Dead auftauchen kann und da halt die Zuschauer wieder aufleben lässt. Das ist natürlich die offizielle und wahrscheinlich logische Antwort. Die Antwort, die mir am besten gefällt, ist tatsächlich, sie haben von Anfang an geplant, morgen als Schlüssel, als als Bindeglied zwischen Fear The Walking Dead und The Walking Dead zu nehmen, so dass am Ende irgendwie alle zusammenführen können. So, und das ist aber, wie gesagt, das Problem. Also ohne diese, ich sag mal, finale Folge, nenne ich es jetzt einfach mal, wäre The Walking Dead nicht zu Ende. Und wie gesagt, ob jetzt Daryl Dixon noch eine zweite Staffel bekommt, ob Dead City noch eine zweite Staffel bekommt oder The One to Live, wäre alles keine Lösung. Weil eine Lösung wäre wirklich zu sagen, wir geben alle Charaktere, die wir irgendwo haben, zurück in die Mutterserie, lassen sie einmal zusammen sich treffen, einmal alle nochmal Hallo sagen und Hände schütteln, hier und da ein paar Konflikte noch, wie, was weiß ich, vielleicht das Rick und Nigen Mann so ein bisschen sich schief angucken, aber am Ende des Tages vielleicht Maggie sich hinstellt und sagt, hier Rick, Nigen ist ein guter und wenn Maggie das sagen würde, das wäre halt schon echt heftig. Nein, aber alles andere ist für mich ziemlich schwer zu akzeptieren als Ende. Ich meine, stellt euch vor, wir sehen am Ende von Daryl Dixon, wie er weiterhin in Frankreich bleibt, da eine Frau trifft und, naja, keine Ahnung, irgendein Kind großzieht. Ende. Wir sehen Rick und Michonne, wie sie zusammen abhauen, nicht zu ihren Kindern zurückkommen, irgendwo sich in eine Hütte setzen und ihr Leben leben. Ende. Und wir sehen Nigen und Maggie, die entweder zusammenkommen und heiraten und noch ein Kind kriegen. Beziehungsweise sich vielleicht gegenseitig an die Google gehen und Ende. Und wir sehen nichts mehr von normal The Walking Dead. Ende. Und Fear The Walking Dead läuft sich auch irgendwo im Sande einfach aus. Ende. Jetzt ist die Frage an euch, was würdet ihr gerne haben? Eine große Zusammenführung von allen Serien, von allen Charakteren, dass es ein großes Friede, Freude, Eierkuchen, Wiedersehen gibt? Oder denkt ihr euch so, naja, wenn die Spin-Offs gut zu Ende gehen, dann reicht mir das. Bei mir reicht es definitiv nicht. Ich habe kein Problem, wenn The Walking Dead irgendwann komplett zu Ende sein soll. Sowohl Fear, als auch die Spin-Offs, als auch die Hauptserie. Kein Problem mit. Aber dann soll es irgendwie trotzdem einen für mich klaren, ersichtlichen Happy End Abschluss geben. Ja, und wie gesagt, das ist momentan einfach das Problem. Die ganzen Spin-Offs zerstören halt irgendwie gerade langsam, aber sicher die Timeline und den roten Faden von The Walking Dead. Was, by the way, hier mal schon mal angekündigt auch ein Thema sein wird, worüber ich irgendwann mal ein Video machen werde. Und zwar über Spin-Offs in sowohl Filmen als auch Serien. Warum sie gut sein können, warum sie schlecht sind. Manchmal zumindest. Das wird ein Thema sein. Da werde ich wirklich nur explizit mal auf dieses Thema eingehen. Aber momentan bei The Walking Dead ist das meine größte Sorge. Was ich aber auch schon mitbekommen habe, es wurde mal ganz früher geplant und es ist momentan wieder im Gespräch, dass der Kopf hinter The Walking Dead geplant hat, er würde gerne noch eine lustige Comedy-Serie in der Welt von The Walking Dead machen. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich kein Problem mit. Fände ich super cool und hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Aber dann bitte weiß Gott nicht mit unseren The Walking Dead Charakteren, die wir in der normalen Serie in Fear The Walking Dead und 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 kennen, sondern mit komplett neuen, die nichts miteinander zu tun haben und einfach nur ihre Comedy, The Walking Dead Comedy da machen. Ich sag mal so, am Ende heißt es für uns sowieso nur abwarten, hoffen und schauen, was wird. Aber meiner Meinung nach muss es ein großes Zusammenspiel geben, eine große Zusammenkunft. Es gibt so viele lose Enden, die verknüpft werden müssen. Ob es wie gesagt sowas wie Daryl und Carol ist, Rick und Daryl, vor allem Rick und Daryl irgendwie. Oder halt einfach, dass die vier The Walking Dead Charaktere auch einfach mal, weiß ich nicht, dazustoßen. Ich fände es eigentlich ganz geil, es wäre irgendwie ganz schön. Natürlich ist es alles nur Wunschdenken und ob das wirklich passiert, wie gesagt, das müssen wir halt erstmal abwarten. Aber ich denke, dass einige von euch, vor allem natürlich die, die es in die Kommentare geschrieben haben, verstehen, was momentan das Problem bei The Walking Dead ist. Vor allem dank Dead City, was fucking fünf Jahre, fünf Jahre in der Zukunft spielt. Warum? Ich verstehe es nicht. Kann man nichts machen, sagen wir es mal so. Das Ende vom Lied ist, es muss irgendwas vernünftig abgeschlossen werden. Und mit Staffel 11, der letzten Folge, ist The Walking Dead für mich nicht abgeschlossen. Sondern eigentlich ist eine neue Tür aufgemacht worden. Klar, die Tür zu den Spin-Offs. Aber diese Tür ist zu weit aufgegangen und wir müssen sie wieder ein bisschen zurückdrücken und dann einfach ein großes Finale haben und dann sind wir alle glücklich. Zumindest denke ich das. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ja, so und das war es quasi mit dem Video. Also ich hoffe, ihr konntet die Probleme, die momentan durch die ganzen Spin-Offs entstanden sind, verstehen. Und ich denke, ihr konntet meinen Lösungsansatz auch irgendwo nachvollziehen. Wenn ja, ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn nein, schreibt einen gerne besseren Vorschlag. Ich bin für alles offen. Wie gesagt, also für mich ist momentan echt The Walking Dead, zumindest das Ende von The Walking Dead, super unklar und steht super auf der Kippe zwischen Erfolg und Misserfolg. Und das bei so einer Serie ist halt, weiß ich nicht, es braucht einen würdigen Abschluss. Und das war weder, wie gesagt, Staffel 11, zwar ein guter Abschluss, aber kein würdiger für eine so lange lebende Serie. Und vor allem, es fehlt einfach so viel, so viel, was verknüpft werden muss noch. Ja, und das ist, wie gesagt, das, was ich hoffe, dass sie es irgendwann machen. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, bleibt uns da auch nur die Hoffnung. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und falls euch sonst The Walking Dead-Content interessiert, aber auch allgemein, Themen über Filme und Serien, alles mögliche, Theorien, Reviews und was weiß ich, checkt mal den Kanal aus, hier gibt es alles rund um diese Themen. Und vielleicht gefällt euch das ja und ihr bleibt einfach da. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. So, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.